So, und weiter geht's. Ich hab ja, wie gesagt, was kleines rausgeschnitten im letzten Park. Halt, hab ich gesagt, da... Ja, und jetzt geht's hier weiter. Oh man. Ein paar Steine brauchen wir noch. Und da bräuchte ich noch einen Schalter. Ja. Nein. Nee. Ich hab's irgendwie voll durch so Türen zu laufen. Ich krieg das nie gebacken. Noch Rolle. Mach, weil ich noch ein Bild machen will. Wie macht man ein Bild? Moment. Ah Gott. Sticks erst noch. Acht Stück. Gut so, 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 so. Dann Wolle. So. Dann mein Bild. Gleich noch. Mal Wolle. Gut. Ähm, ja. Zurück. Äh, boah. Was geht ab? Ey, das war grad übelst. Das war grad übelst schnell irgendwie. Das war voll extrem. Zack. Flop. Flop. Spring. Spring. Oder, nee. Jetzt nicht mehr. Höh. Höh. So, hoffentlich hab ich jetzt mal genug Stein dabei. Äh, ja. Ich glaube schon, aber... 64er-Stick reicht meistens. So, die Türen. Ähm. So. Äh, nee, so nicht. Boah, das dauert halt immer so ewig, bis das mal abgebaut ist, ne? Zack. So. Dann noch da. Gut. Ach ja, meine Let's Plays. Die werden jetzt erstmal unregelmäßig kommen. Ja, wollte ich einfach nur sagen. Ja. Stein. 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 So. 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 Komm schon. Geht doch. Zack. Jo, jetzt wird's schon dunkel. Aha. Hm. Wie schnell das dunkel wird, ne? Äh, muss man grad überlegen. Wand. 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 Hier ne Wand hinziehen. Wär's net. Ne, ich mach erstmal ne Treppe. Aber wo? So. So, ich die so seitlich machen, eine kleinere? Oder so rechts? Oh, falsch. Ich mach's lieber so seitlich. Kann man einfach ganz schnell hochlaufen. Das ist besser dann. Äh, hallo? Okay. Ist klar, ne? Ähm. Noch eine Treppe machen. Hm. Ja, vier direkt, egal. Da machen wir halt direkt vier Treppen. Und die Musik ist schon wieder aus. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Hm. Nur runtergefallen. Äh, das gibt's nicht. Hm. Hm, aber die Treppen sind jetzt da. Gut. No. Nur rollin', rollin'. Oh, nee. Äh. So. Boah, voll die Zeitlupe. Äh, warum geht's eigentlich lang? Und nochmal. Oh, nee. Jetzt hat's nicht so gut geklappt. Die grad vorhin die Zeitlupe. Voll der Bug hier, ne? Zack. So. Alter, was ist denn das für ein Lied? Ist klar. Gut. Gut. Wand mach ich da mal hin, gut. Ähm. Zack. Schnur. Holz schon nochmal leer. Gut. Gut. wollen wir mal so ein bild da aufhängen und dann dahinter alles weg machen so dass man da durchgehen kann aber warum habe ich das jetzt weg gemacht jeder ist ein bisschen zu groß würde ich sagen ein bisschen zu klein so viel groß sein vier stück vier halt vier blöcke finde ich gut finde ich gut ja finde ich gut jetzt müssen wir steine weg machen da unten da hoch und da jetzt machen wir das ding da weg jetzt ist das bild auch abgegangen das war ja super ne dann nehmen wir die doch nein ist zu klein nein das nehmen wir auch nicht genau liegt da unten nein 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 man will mal ein großes kommen kommen wir keine großen bilder mehr oder was nur so zwei und eins ja ok nehmen wir einfach das bild jetzt oder ja probieren wir es mit diesem bild wo schon wieder das gibt es doch nicht ich habe eine idee was ich irgendwie komisch finde aber egal ich probiere es einfach mal gerade aus ich habe diese wand dann nochmal ab und dann ja mache ich eine steinwand und dann sieht man wie besser aus als immer nur so holz wenn dann 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 ich weiß nicht ob man die Musik aufhört deswegen so mich auch immer ich glaube aber schon dass sie gehört jetzt brauchen wir nur noch ein großes bild wieder ah geht doch geht doch äh wo komm warum geht das immer ab die anderen im video haben es auch immer gemacht halt einfach so und dann ist es hängen geblieben so und nochmal probieren ähm so ich glaube es geht wieder ab ich probiere es doch von unten ja und wo mach ich das eigentlich mit der hand oh oh es hält toll ist ab oooohh das gibt's doch nicht ne komm 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 eeeh u eeeh no no mal die wand hin eeeh da kommen wahrscheinlich erstmal nur wieder die ganzen kleinen ne das ist immer so da war ein großes oder doch war zu klein das ist groß gut probieren wir es noch mal aber von unten wieder diesmal nehmen wir auf die spitzhacke damit schneller geht ab toll wo kommen finde ich jetzt mal kacke hier beschüsst schiebung wo ist mir jetzt egal dann lass ich es halt so sieht es auch gut aus ja so sieht es gut aus finde ich gut jetzt gehen wir hoch mit nummer runterfallen machen wir mal das doch ja schön ok runtergefallen egal mach ich von hier unten halt weiter es wird heller das finde ich jetzt gut toll jetzt bin ich aber eh nicht mehr auf dem dach oder vor wie das gerade packt übelst der guck mal wie hell das auf einmal geworden ist ne jetzt er hat bescheiß mich doch nicht hier enteckt ich auch wie schnell ist das übertreibt doch übertreibt doch junge runtergefallen entweder das ist gerade in dieser zeit viel zu langsam halt slow motion oder ganz schnell zeitraffung zeitraffer da ich bin ganz lang voll zack 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 das war gut aufgeteilt wo hoff auch noch zwei Dinger sind übrig schau uns aussieht fackeln fackeln da habe ich gar nicht dabei aber können wir trotzdem jetzt dieses Bild einfach draufhängen können wir nicht kein bock das ging jetzt irgendwie sau schnell dieses haus zu bauen für so ein kleines haus braucht man auch irgendwie gar nicht lang ich probiere das Bild jetzt noch einen cave aufzuhängen irgendwie kein plan wie aber ich probiere es einfach mal hier das hier all diese ganzen gänge da sind alles selbst ausgehoben ich habe stein gebraucht irgendwann und dann alles ausgehoben das geht aus wie ein k selbst gemachtes k gut groß genug ähm Spitzhacker um naja ist klar ich sehe nix und doch jetzt schon und bleibt sind natürlich nicht ich glaube ich weiß wie ich brauche ein schild äh schild im sinne von schild wo was draufsteht nicht panzerungsschild halt wo ist mir jetzt egal ciao